Ja, ich habe die Ehre, Leute. Wie gibt es auch noch? Das ist eigentlich eine Frau, die ganze Zeit kostet es reiblich. Das habe ich morgen auch verarbeiten. Hier haben wir jetzt noch einen Stand und jetzt gucken wir vor. Dann haben wir jetzt noch einen Spreng, um etwas zuzuschauen, wenn es die Kamera überlebt. Die Bucke könnte es vielleicht auch noch in mehr Videos machen. Und wenn man schon da ist, dann wenn man denkt, dass man das da rüber schmeißt, macht ja nie drauf. Es ist ein Lawinenstrich. Ich könnte es wahrscheinlich auch sehen, ein kleiner Halle. Da liegt in der Bucke, hat es weggerissen. Die Hauptstraße war auch zu. Und ja, dann schaue ich einmal, wie es damit geht. Freischneiden und so weiter, kann man in Krügel dabei mitführen. Wenn es zum Schneiden dazu kommt, weiß ich noch nicht. Aber eben, ich zeige eigentlich noch. Da oben ist jetzt auch eine große Baustelle. Und da macht der Windbach einen Dampf. Und die müssen da in die alten Garagen weg. Und die sind eben auch neu gebaut. Das sieht man auch wohl. Ja, wir werden mal schauen. Die höfste Kamera überletzt. Und wir zeigen eigentlich da einen Schuss. Kleine Stecken-Authalter. Das ist sicher. Du, ich bin ja nicht. Und da sind fünf Jahre lang und da sind fünf Jahre lang und da sind fünf Jahre lang extra noch nicht gekauft, wenn wir uns gewöhnen. Schau, wo haben wir dann jetzt? Wie tiefen haben wir alle gleich? Da ist ein Mietriges. Einmal ein wenig rein. Zwei, zwei. Seht ihr, hinten? Da ist ein Laums. Ja, da, oder? Ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Da ist auch noch eins, oder? Ja. So, oder? Da ist eins, ja. Und da ist dann auch die Wurzelwege, die du unterst. Ja, ja. Ich denke ja, tief geniehen, wenn wir da einigen können, nicht mehr geniehen. Das ist ein halbes, das ist ein Mietriges. Ja, da ist noch nicht viel drauf, ja. Ja, da ist noch nicht viel drauf, ja. Ja, da, da. Da, da. Da, da. Ja, 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 da. Ja, ja, da. Ja, viel hilft viel. Ja, ja. Ja, ich bin nicht mehr. Ja. Dann können wir da auch mit der Stimme, dann haben wir so, und da hängen wir da drin. Und das lauschen? Das hört man da hoch. Wenn wir nur noch passieren, bitte. Ja, das ist ja noch ein Dekkerchen. Ja, das ist rot. Das ist ein Regen. Ja, wir haben. Oh, wie viel Fleisch, gar. Ja, noch mal drauf, wenn... Na, irgendwie. Aber noch einen Traum, ne? Oh, das ist ein falsches Bild. Was ist denn? Der ist nicht ganz so länger, gell? Ja. Da haben wir ein bisschen leichter. Das Loden haut sich sowieso weg. Denk hoch. Denk hoch. Nicht zu recht. Danke. Zweitens. Richtig. Ich weiß nicht, dass ich da mal wieder rauskriege, aber ich weiß nicht, dass ich da mal wieder rauskriege. Was ist das hier? Dann wollen wir ein bisschen wissen. Schickt mir eine WhatsApp. Schickt mir eine WhatsApp. Schickt mir einen richtigen Lieferkehr. Schickt mir einen richtigen Lieferkehr. Ja. Ich hab' noch mal eine Steu-Handlung. Ich hab' noch mal eine Steu-Handlung. Aber warum brauchen wir ihn wieder? Ja, genau. Ja, den auch erfährten. Dann hängt er davon. So gemein, der gibt ja nichts mehr. Ja, ich bin nicht. Tür will auch. So. Das war die Hauptleitung. Dann hängen wir da hin. Ja, das ist Mist. Ja, aber die Wiesner noch schlägt. Alles voller Leute. Ja. Ja, ist Glückwunsch, oder? Willst du halber filmen? Willst du halber filmen? Ja. Möchtest du danach bei einer Ausschuldung schauen? Ich habe viele bis jetzt hier zuiyieren. Auch. Ich bin jetzt schon noch ein paar Jahre geworden. Wie bist du davon, das KÖTT Lenning? Ich banned noch. FSH Fastpot . J Amanp plano. ein Mixer kommt wirklich. Das ist richtig hier und kann ein bisschen bebrochen haben, nicht? Ja, Gülkamp. Das muss eigentlich auch drei Auffüllung liegen, nicht? Ja, komplett eingegessen. Ah, Gülkamp. Ich denke nicht, ob ich dranbleiben, das sieht nicht, aber da kann ich nicht mehr alles. Ja. Kann man schauen, wie grösser sie sind? Da gibt es wirklich eh als Gerissen nicht. Oh, der eine kann gar nicht mehr mitnehmen. Das andere lassen wir nicht. Du bist ja auf Filmen, oder? Jetzt. Jetzt, ja. Ich sage, du hast gerade Gerissen. Dann bin ich eine halbe Stunde damit. Nein, nein. Da will ich einen Kompressor hinter haben. Ja, wahr. Ja, ja, ja. Ja, der ist eh alles schön geprohlt, oder? Ja, das lassen wir. Wenn er nicht rausgeht, dann lassen wir ihn. Na ja, das wird wohl nicht eh aus weg. Ja. Ja, gut dann. Sehr gut dann. Rücken steht auch noch. Wo ist denn die anderen? Wo ist denn die anderen hin? Wo ist denn da oben? Ja, der war aus 9, 2, 3 oder so. Ja, der war aus 9, 2, 3 oder so. Und nicht da rein. Ja, ja. Na ja, das ist mir ein wenig gefällt. Ja, ja. Da ist jetzt der Weg hin, tut nichts. Ja, nein. Da ist jetzt so tragisch. 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 Ja, da war grün. Ja, da war grün. Ja, da war grün. Ja, da war grün. Ja. Du valg motoren. Tür da war. Ja, da war. Nummer 1 Jetzt so Tampa.